Felix Wolf sitzt im Nürnberger Knast, Drogen und mehr. Aber seit einem Jahr macht er eine Lehre in der JVA-Näherei. Ich habe heute Friedensfahnen genäht, zugeschnitten vorher natürlich. Spezialauftrag von seiner Chefin Ulla Mörtel-Teen. Die ist nämlich ehrenamtlich Kirchenvorsteherin in Fürth und hat den Auftrag mit den Friedensfahnen an Land gezogen. Wolf näht sie aus dem, was Pfarrer Martin Adel organisieren konnte und was im Knast so übrig war. Wir haben unsere alten Bettlaken oder so, das eben abseigelt wird. Und der Herr Adel, der ist noch rumgefahren und hat geschaut, was er so an Tischdecken so auftreibt, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass es so viele braucht. Wir gucken die Teile an, dann werden die zurechtgeschnitten. Das machen meine Jungs. Der eine näht und der andere bügelt und der nächste näht an den Saum oben, bis halt die Friedensfahne fertig ist. Nämlich 150 Friedensfahnen, 70 mal 1,40 groß. Sie sollen am Buß- und Betag aus den Fürtherfenstern hängen. Ein Gemeindehaus sprüht unser Religionspraktikant dieses Friedensklima, dieses Logo drauf. Und nächsten Samstag gibt es einen Workshop dazu, wo man seine Friedensfahne noch mal individuell gestalten kann mit irgendwelchen Sprüchen drauf. Ich würde draufsteigen, Frieden entsteht in dir selbst. Diese innere Kraft lebt Mörteltheen auch in ihrer Näherei und vermittelt Felix Wolf, dass er was kann, dass seine Arbeit zählt. Ich habe vorher gar nichts gelernt. Ich habe zwar mehrere Berufszweige angefangen, aber nicht zu Ende gelernt. Metzger, Maler, Zimmermann. Aber aufgrund meiner Drogenproblematik hat das alles nicht funktioniert. Da waren die Drogen dann wichtiger halt. Die Ausbildung in der JVA-Näherei ist ein erster Schritt daraus. Wolf denkt viel nach. Und auch die Friedensfahnen haben für ihn eine Bedeutung. Ja, insofern ist es nicht wie ein anderes Zwischstuch, weil es erstens eine Bedeutung hat. Aber Frieden ist in der heutigen Zeit leicht gesagt. Man sollte erst mal mit sich selbst zufrieden sein und mit dem, was man erreicht hat und was man erreichen kann. Weil Krieg und Frieden, das sind große Dinge, die der einzelne Mensch für sich jetzt nicht wirklich ändern kann. Also er kann mithelfen, was zu bewegen. Aber wenn alle Menschen anfangen würden, halt mal mit gewissen Dingen, dann könnte man vielleicht was ändern. Aber so weit, glaube ich, sind die Menschen leider nicht. Kann ja noch werden, denkt sich Ulla Mörtel-Teen. Hoffnung ist ein Schlüsselwort für ihren Job und ihr Kirchenengagement. Diesmal sind es Friedensfahnen. Was nützt mir das ganze Friedensgedöns, wenn ich in mir keinen Frieden habe? Und mit meinen Leuten außenrum, das brauche ich erst mal friedlich, damit ich Frieden schaffen kann. Das ist im Rahmen der Friedensdekade, die ist ja bundesweit ökumenisch. Und da geht es einfach darum, dass man auch sieht, hey, wir alle wollen Frieden und wir sind viele. Wir sind nicht nur drei, die jetzt irgendwelchen Friedensmist labern und wir zeigen es öffentlich. Wer noch mitmachen will, einfach in Fürth St. Paul anrufen.